Der brasilianische Architekt Oskar Niemeyer ist tot. Er starb gestern im Alter von 104 Jahren in seiner Geburtsstadt Rio de Janeiro. Niemeyer zählt zu den prägendsten Architekten der Moderne. Zu seinen monumentalen, zeitlosen, zeitlosen Entwürfen gehören das UN-Gebäude in New York und ein Großteil der Hauptstadt seines Heimatlandes, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Insgesamt hat Niemeyer weltweit etwa 600 Projekte verwirklicht. Kurvenreicher Bau, typisch für den brasilianischen Star-Architekten, dessen Erfolgsgeheimnis immer hieß, die Form folgt der Frau. Die Kurve für ihn immer die beste Lösung. Er, der 1957 den architektonischen Auftrag des Jahrhunderts bekam, mit Brasilia in nur 1000 Tagen eine neue, einzigartige Hauptstadt zu errichten. Bei allen seinen Projekten weltweit wollte er, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen, von geraden Linien und rechten Winkeln nicht viel Wissen. Er setzte als Kommunist immer auf Gleichheit. Der Star-Architekt war in Rio de Janeiro zu Hause, in seinem Atelier, selbst mit über 100 Jahren fast täglich bei der Arbeit und fühlte sich nie als etwas Besonderes. Mensch zu sein, das ist in Anbetracht des Universums so unbedeutend. Man muss immer bescheiden bleiben. Nichts ist wichtig. Niemeyer wollte immer etwas für Brasilien schaffen, an das man sich erinnert. Das ist ihm gelungen. Die Fußball-EM 2020 wird erstmals europaweit ausgetragen. Das beschloss das Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbandes UEFA bei seiner Sitzung in Lausanne. In welchen Ländern und Städten gespielt wird, steht aber noch nicht fest. DFB-Präsident Niersbach kündigte an, Deutschland werde sich als Mitgastgeber bewerben.